Leck, ist das intens! Nicht auf mich, Leute! Grüß euch, ich habe die Ehre in Mahlzeit. Wir haben längst nicht überlebt. Riesenthema. Ich bin der Mais, der Buse ist da und der Pre-Collapse. Wir gehen natürlich Junk-Junction. Also schießen dürfen wir bei uns, oder? Falle. Ja, Falle, kannst du dich ganz normal wehren, oder? Falle. Jetzt kommt's halt auf die Zone drauf, oder? Du kostest auch Raisins, wenn du das drauf hast, Team. Easy. Er ist den geilen Lut schon wieder. Viel zum Bauen, viel Hügel. Ich habe jetzt die Zone. Scheiß mir ein Feuer rein. Ja, super. Was ist mit mir? Ja, ich habe mich nicht. Ich habe jetzt noch einen Weg zur Zone mal. Jetzt schaue ich das in 100 Jahren. Ich habe ein Richter, ich habe ein Auto da. Ich habe ein Nutzerkisten. Easy. Aber das könnte heute für mich ein Vorteil sein. Alter, ich habe die Idee überhaupt. Falle. Na ja, Falle. Schneemann, Alter. Ich habe drei Schneemänner. Die baue ich auch, wenn einer kommt, so eine Wichsgruppe. Bei mir ist ja weit und breit keine Menschenseele. Das ist halt schon geil. Die Zone habe ich noch nicht angefangen. Na ja, trotzdem. Falle ich noch Minis. Ja, es wird schwierig, aber wir können es schaffen. Da sind keine Autos mehr oder was? Da sind keine Autos mehr oder was? Doch, da ist noch einer zu geil. Auf alle Fälle die Schneemänner. Weil die sind zum Schluss... Das wäre anders typisch. Auf alle Fälle, oder? Wenn ich jetzt in der Zone nicht bin, dann schnee ich immer... Dann wäre immer ein Schneemann. Das ist nicht klar. Oh, da ist ein Flieger. Ah, da ist schon ein runter. Aha, aha, aha. Okay. Perlmütz. Da ist aber nicht mehr drin. Aber auf meinen Sniper runter. Da sind 1000 Schneemänner. Da stelle ich mich dazu. Geil. Ja, ich glaube, das ist wohl ich auch schon mal. Ja. Genau oben so am Rand, gell. Wie nimmt man den? Ah, ja. Tschüss. So, ich bin Schneemann. Da sind ein Tick 1000, Alter. Ja, genau. Das ist geil, Alter. Jetzt wird es spannend. Ja, da hat er echt... Tausende. Oh, wow. Wenn du irgendwas tust, dann fällt er wieder oben. Ein Schlussschüss und ein Schneemann weg. Ja, wenn ich... Sobald ich eine Waffe rauswirf, ist er weg. Jetzt habe ich bloß noch einen. Ich hoffe, dass du mich keiner gesehen hast. Jetzt habe ich alles überlebt. Scheiße, bei mir, Hans. Ah, Babbuse. Bist du da hergeflogen, weißt du? Ja, Babbuse. Bist du da hergeflogen, weißt du? Wo bin ich? Na, Babbuse. Komm zu uns. Komm zu uns. Geh du weg von mir, Alter. Das ist Maispot. Das ist Maispot. Nein, lass an. Äh, der hat anders gehittet, den Burschen. HB, verpiss dich da, bitte. Das war eigentlich schon vorher Maispot. Ja, aber ich bin Schneemann und du nicht. Möchtest du einen, oder was? Ja, ja. Okay. Ich habe noch zwei Flugzeuge. Aber du musst da weggehen. Ja, nimm mein Flugzeug. Ah, ja. Du darfst mich nicht bewegen. Vielleicht beflöger mal, Alter. Jetzt geh mal weg von mir, weil du ein Kleidung ziehst. Das ist ein Wahnsinn, Alter. Das kann er nicht bringen, oder? Ja, voll ist das. Also wenn einer quasi nicht mit trifft. Nein, okay. Das ist echt keine gute Aktion, was du machst. Stehen da immer so viele Schneemänner? Oder sind da noch andere da, die das spielen morgen? Nein, stehen immer so viele, ja. Ich gehe jetzt absichtlich weg. Oh, jetzt kommt einer mit dem Flieger. Der geht da hinten raus. Oh, der ist aber runtergesprungen. Ja, ist mir egal. Jetzt aber nur einer. Wenn einer kommt, dann hat er immer einen Pumpschuss rein. Das war nur einer, ja. Wenn er kommt, dann macht man ihn fertig raus. Ah, du gehst eh schon hin, oder? Du bist ja Schneemacher. Ja, ich kann deswegen auch fighten. So ist es auch noch nicht. Nur zu meinen Like da, Leute. Was ist das Thema? Ich hätte geschaut noch. Ich schaue aber, kommt. Ich sehe noch auch nicht. Ich sehe auch fast nichts, muss man auch sagen. Doch, da läuft er. Nordwesten. Sechst ihn. Oh. Oh. Hey, wenn du den nicht holst, gell, dann bin ich ja auch am Arsch wahrscheinlich. Ich hab mich schon verraten. Du wirst ihn uns verraten. Ich geh schon wieder weg. Ich geh schon wieder weg. Ich geh schon nicht. Ich geh schon nicht. Wenn ich runterfalle, ist dann der scheiß Schneemacher hin. Ich muss mich jetzt ganz langsam wieder bewegen, dass keiner merkt, dass ich ein Schneemacher... Wo? Oh, hinter mir baut einen. Der ist da, der ist da bei mir. Der checkt's nicht. Ja. Ah, ja. Soll ich ihn ablenken? Ja, lenken ablenken. Und ich kann ihn schon ablenken. Hast du auch wir haben geschossen? Ich hab mitgekriegt. Ja, ich hab geschossen. Ja, nicht so. Aber ich weiß nicht, ob er das gecheckt hat. Wo sind die noch noch Schneem? In einer Zone oder ist das außerhalb der Zone? Wo ich bin. Bei der nächsten Haus, da stehen auch drei, vier. Aber da ist keine Zone, oder? Ich springe nach dem Hausdach. Ist das in der Zone, Hoppe? Nein. Eins ist nicht. Oh. Nein, ich verpiss mich. Warte, rette dich. Ich schieß einmal einfach. Ja, ich bin schon weg, eigentlich. So. Der ist da im Haus, aber ich bin schon weg. Der schießt alle Schneemänner systematisch durch. Ja, ist geil. Aber ich bin weg. Ich brauch jetzt andere Schneemänner. Wo sind meine Freunde? Ah, hab ich schon. Hab ich noch gewungen, Leute. Aber ich möcht's ganz gerne. Das gibt's noch nicht. Hinter mir, vor mir. Sind bloß noch zwei. Jetzt hängt das ja gar nichts, gell. Jetzt ist das genau da oben, oder? Scheiße, jetzt wäre recht intens, Leute. Da oben war's schon gescheit. Wenn ich jetzt da hinten nochmal gehen, dann schau ich nicht mehr. 13 Sekunden. Ah ja, ich los mit der Zeit. Geh da ein wenig vierig dann. So ist das da unten. Das kommt auch noch. Scheiße. Nein, drei Minuten. Nein, die rüften. Sehr gut. Die werden's nicht rüften. Ja, der Fliegerstation ist auch noch drin, gell. Ist nicht drin. Die Fliegerstation? Nein, ist nicht drin. Stimmt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie viel gefällt. Muss man da. Geil, weil ich's gewinne ohne einen Kill. Das wär jetzt schon episch. Easy. Geil. Hahaha. Oh ja. Oh ja. Jetzt muss ein bisschen auf. Ja. Ist aber da auch offen. Sind die da oben noch? Ich glaub da oben auch noch. Oh shit. Oh ja. Ja, die Bahn. Nicht dran. Nicht rühren. Oh leck ist das intens. Nicht auf mich, Leute. Ist das geil. Die checken's nicht. Die checken's nicht, Leute. Gibt's euch das? Ich rühre mich nicht. Ich rühre mich nicht. Ich kann ja nicht schauen. Sexy. Wenn sie halt watching sind dann. Die bringen's alle in der Zone drauf. Halt's nicht geil. Halt's nicht. Halt's nicht nur über mich. Ich muss mich rühren. Nein. Bleib doch da stehen. Du bist in der Zone. Ja, ich bleib. Ja, ich möchte ja bloß Luki, Luki machen. Haha. Halt's. Halt's. Da ist keiner mehr. Da meins. Vier noch. Jetzt ist die Frage. Können die Zone oder nicht? Hmmm. Jetzt werden sie mich so hören. Ja, jetzt wird's. Jetzt wird's interessant. Oh leck. Jetzt fahr'n's. Wo fahr'n's denn hin? Fahr'n's in die Zone ja hier raus. Ja, die fallen runter. Nein, die fallen nicht runter. Ohne ist down. Ohne ist down. Ohne ist down. Ohne ist down. Aber es sind noch drei. Machen fertig. Nein, ich trau' mich nicht. Nein, null. Ich tu' das nicht. Traust du nicht. Ja, fahr'n's nicht. Ja, fahr'n's nicht. Ja, fahr'n's nicht. Ja, sorry. Scheiße. Na gut, aber ich hab's gewungen, ne? Das machen wir so. Oh, die geh'n nicht zusammen! Oder? Doch, die geh'n zusammen. Da komm' ich schon. Ja, da war'n's weiter. Dann komm' ich schon mit'n Like.